Moin! In diesem Video geht es darum, als schulische Administratorin oder schulischer Administrator einen verlorengegangenen Token zu deaktivieren. Dies muss zeitnah geschehen, um die besonders schützenswerten und durch den zweiten Faktor abgesicherten Daten im Schulportal SH vor dem unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Loggen Sie sich hierzu über den Administrationszugang ein und klicken Sie auf die Kachel Schulportal Administration. Dort wählen Sie Administration Zwei-Faktor-Authentifizierung. Geben Sie in der Suchmaske den Benutzernamen der Lehrkraft ein, deren Token deaktiviert werden soll und klicken Sie auf die Lupe. Markieren Sie nun das Benutzerkonto, in dem der hinterlegte Token deaktiviert werden soll, indem Sie einen Haken davor setzen. Klicken Sie anschließend auf Verlorener Token. Sie erhalten nun den Hinweis, alle bestehenden Token werden gelöscht oder deaktiviert. Das müssen Sie noch einmal bestätigen. Nochmal bestätigen. Anschließend kann der Lehrkraft ein neuer Hardware-Token zugewiesen werden oder ein QR-Code erstellt werden, mit der ein neuer Software-Token erzeugbar ist. Dazu gibt es eigene Videos auf dieser Seite. Sollte der verlorene Hardware-Token doch wieder gefunden werden, kann dieser über die Funktion Tokenrückgabe regulär zurückgegeben und danach wieder eine Lehrkraft zugeordnet werden, wie ein neuer Token. Wie das geht, sehen Sie in einem weiteren Video.